Wir haben uns heute wieder auf unsere Nummer 9 auf Götzschel-Morby! Hugo! Unser Kapitän mit der Nummer 16, Stefan! Hey! Er hat das entscheidende Tor geschossen gegen Hotsdam-Uki. Auf heute ist es hier 5 und 2 im Einsatz. Und für Nummer 18, Daniel! Auf den Krieg! Mit der Nummer 20 folgen wir unser Fabian!